hallo und herzlich willkommen zurück bei fords das hört sich auch jedes mal an als ob andere die hose drückt aber egal wir spielen weiter in der kampagne solange ich keine mitspieler finde aber ich will ja auch ein bisschen was über spiel noch erfahren das muss ja sein muss ja ein guter was bin ich jetzt eigentlich bin ich schon lieutenant oder so keine ahnung habe nicht aufgepasst und auf jeden fall kann sie gut mehr glaube ich auszubilden oder so weiß ich nicht ja das klar da kann eine präzision fasse der ja wunderbar jawohl commander oder bequemme ich kann ein paar exklusiven feste rumliegen zu lassen natürlich und schade aber auch okay da ist man eine präzisionswaffe er hat so war immer super alles klar machen wir doch glatt ich bin commander sie ist der commander so erst mal noch oben bauen kann ich eigentlich sonst gar nichts also ich habe hier unendlich wohl muss mich gar nicht um ressourcen kümmern einfach unendlich einfach nach oben bauen die ersten zwei schüsse sollen präzise sein so jetzt habe ich hier ich jetzt schießen sie ist wir kann schießen so ich muss wo muss ich nennen da ungefähr so ungefähr das am herrn muss das aussehen der zweite auch verdammt und die dritte mal kaputt so jawohl muss das laufen jetzt können wir hier richtig rambazamba machen so etwas von helfen los machen die mörser dort vom rest der arbeit weil die ersten zwei schüsse waren leider nicht präzise mir egal weiter kämpfen müssen bekämpfen die brücke verfällt jetzt sparen wir den arbeitsschutz natürlich es ist natürlich ungünstig für uns das ist lustig alle feuer aus dem mörser das war mit erdlob ich naja und benutzen die ganze rum ja okay alles klappt hat so ja wohl präzise verbindungsstätigkeit zu zerstören ja wohl also da bitte das gemacht mache ich doch erstmal hier alles so die stütze hat ja gut gehalten das ist natürlich ungünstig dass sie hier das ist natürlich so das ist man sollte natürlich auch das reparieren was man hier macht das jetzt nämlich stahl verstärken weil zum halten so ein bisschen so zum halten brennt das auch wieder das ist ja hintergrund wirklich nicht so du hier wie krieg ich den jetzt wird das für ein stück tiefer mal ein seil kaputt gemacht dachte das darf das so ich habe ich nicht mit beiden egal habe ich halte ich bin mal so ja wir haben sie fertig gemacht ich sehe die stelle stand einfach beherrschen sie jetzt also man hat technik zu verbessern ist der grashöpfer ja dann sehen wir es halt in der büste es halt nicht perfekt aber es ist mir egal als mittlerer osten und dann ab in den mittleren osten verbauen sie einen minigun von grund auf bin sie dem wasser alles klar einfach wird unser und selbst bezahlt mache ich drücke forschungszentrum geht klar verbessern mir die ganze erst klar verbessere ich und wenn wir eine bahn können sie versuchen müssen stützen mache ich also wieder groß jawohl aber ein bisschen panik dass das hier auch noch abstürzt kann ich hier jetzt auch einfach so was geht geht alles wo noch einen hin wo noch ein hin jetzt gehen wir warum bewegt sich meine maß aber weiter egal hier noch so die hier müssen wir ein bisschen nach oben gehen damit ich ein stützpfeiler habe sozusagen machen wir dann so und so und hier bauen wir dann durch ein weiter das kann sich ja auch noch mal gestützt und hier kein hohraum lassen schön und verarbeiten das ganze und dann machen wir hier noch einen hin und dann das sollte gut klappt man hier will ich aufrüsten genau so aufrüsten das will ich sehen hier und den werde ich natürlich auch aufrüsten den burschen das soll von grund auf natürlich von grund auf kann ich eigentlich keine türen bauen ist ja ungünstig eigentlich so eine weniger von grund auf aber verhindern sie dass der mörser freige fertiggestellt wird das gehen wir auch an und durch den den und den hier und schießen alle in die gleiche richtung genau dahin wir machen was hat 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 so pass auf alle dahin das ist ja musik in mann herr reaktor ist gleich futschi und zwar futschi kato ist ja gleich dann jawohl das war's drachen irgendwas was immer du wie immer du heißt weiter kämpfen muss wir kämpfen erwähnt ich schon drückt ich finde sie dass einen schuss abgebrochen gewinnen sie durch eine kettenreaktion auch das kriegen wir hin versagt darüber ist so ist so aus wie das land ignorieren sie die feste sind alle leeren natürlich sind sie alle behalten sie das öl wollen ja natürlich das ist ja nur quatsch okay alles optimieren und so weiter also wir landen wieder raus ich vermute mal warte mal muss ich fragen sie dass der feind ein schritt gewinnt sie herr reaktion okay ich muss aber auf jeden fall das upgrade machen weil sonst kriegen wir probleme also der feind darf bedarf geschießen natürlich das war's okay pass auf was du updaten du updaten du wieder hinsetzen material ich darf hatte ich darf keine türen bauen ernsthaft scheiß okay pass auf machen wir das jetzt ganz einfach ich schieße jetzt bei dem ding da oben hin jawohl du schießt auch da oben hin der ist noch der sony aufgerüstet aber man ok und du schießt auch da oben hin fast tiefer der muss ja ja das war zu tief jawohl der reaktion dann 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 aber leider konnte ich mich verhindert dass er mindestens einmal schießt ja gut weiter ich mache sie alle platt hier schnell durchlauf geschlossene türen warum sollte ich durch geschlossene türen schießen verhindern sich schäden an der panzer um immer mehr auflagen hier dann machen wir papier aus ihren spinnen davon kloppa wie er toll unser eigenes lager aus blockiert gut mach ich mach ich ist das was ich als erstes mache erstmal eine verstärkung so dann aber hier hoch und hier hoch das ist ja auch nicht nett was er hier tut das ist ja auch nicht als Komm, komm, komm. So. Oh, das war knapp. Das war alles beschädigt, ich kann euch hier sehen, oder? So, jetzt machen wir die mal fertig hier, ne? Ein komischer Drachenhaini, oder wie du heißt. Ja, das war's mit einem Reaktor. Zyk! Ja, natürlich, und das ist ein bisschen, Europa wird mal ein echtes Fall, ja, alles klar. Hm? Dann mal los. Europa. Vermeiden Sie eigene Treffer. Treffen Sie eine Mörser. Oh je. Auch Regen auch noch. Der Drache spuckt Feuer. Wer macht das, der sollte nicht mit brennenden Steinen werfen, alles klar. Also. Ja. Dazwischen und so. Mhm. 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 Ich hab irgendwie Schiss, dass die doch was treffen. Ich bin bei euch lieber eingeschützt vom Meer hin. Ich weiß gar nicht. Wie lang braucht denn dieser komische Upgrade? Mensch. Warum hab ich kein Eisen, das ich verstärken kann? Ja, doch kurz. Woher? Ja. Da muss ich ihn treffen. Das wird. Das wird. Vermeiden Sie eigene Treffer. Okay. Versuche eigene Treffer zu vermeiden. So. Du. Und du. Kann ich gar nicht so, oder? Ich hab hier nicht, hab ich nicht so normalerweise immer so eine Feuerlinie gehabt. Die gab's anscheinend mal diese Feuerlinie, jetzt gibt's diese nicht mehr. Okay. Okay. Also du musst weiter nach unten. Du musst viel weiter nach unten. Okay. Ein Stück höher. Ja. Ganz kleines Stück höher. So. Du auch. So. Das sieht doch schon richtig gut aus. Ja. Okay. Genau die gleiche. Welchen Punkt nochmal. Das war schon. Geh mal durch. Jawohl. Sieg. Weiter. Europa gehört uns. Wir sind das Volk. Oder wie das heißt. Jawohl. Jawohl. Das war auch mehr als... Ja, das ist klar. Für erst mal ein paar Sprengköpfen. Drei Maschinen kann man verteidigende Forts. Was? Ich will ja machen. Machst du trotzdem kaputt. Okay. 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 Mhm. Alles klar. Ja. Ja, das war auch. Mhm. So, das muss man schon mal halten. Ein bisschen Verstärkungsstreb reinbauen hier. Okay, hier können wir Brücken halten, hat er gesagt. Die klassische Hängebrücke, also sie hängt ganz schön. Gott, diese Präzision. Warum darf ich kein Seil bauen? Das ist ein Quatsch. Habe ich hier eigentlich Waffen? Waffen habe ich gar nichts? Ich kann noch keine Maschinenpistolen bauen. Das ist ja schon lame. Steigen, ne? gut ich glaube das hält schon mal war das völlig egal wäre jetzt so und jetzt ja viel zu hoch viel zu hoch ich muss mich da angehen ja ein Stück tiefer ein Stück tiefer ein Stück höher noch ein Stück tiefer noch ein Stück wieder höher noch ein Stück 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 in dem schon Ok so so wird es gemacht so egal wenn sie ohne schwere müssen mit dem marktlos reaktor zu stellen das ist eine volle tür okay das ist der feind und das sind wir okay und dann nach oben okay wackel 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 nein nein so So, jetzt kann ich die Jungs auf jeden Fall schon optimieren. So, dann brauche ich... Ja, was brauche ich? Mörser, ne? Mörser brauche ich. Oh, das wollte ich eigentlich auch nicht. Das Gegengewicht. Das war ein Quatsch. So, wir wollen mal kicken, wa? Bin ich andocken oder so? Weißt du, ist das immer irgendwie möglich? Nein, kann ich nicht. Okay. Du kannst das Maschinengewehr eigentlich nicht nach oben. Der kann nach oben schießen. Das ist doch verarsche. Ich kann doch mal ein eigenes Dings zerschossen. Egal. Du weg. Und dahin. Und du dahin wieder. So, ihr seid upgradeet, sagt ihr. Mal kicken, was ihr so könnt. Das war gar nicht mal so schlecht, ne? Ah, I like. So muss das laufen hier. Bam, bam. Kapott. Achso, ohne schwere Mörser. Ne, ne. Das war mit. Einfach. Okay. Gut, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich mich so vertiefe. Ich freue mich drauf, wenn mal Kommentare kommen, dass ich mit den Leuten spielen kann. Oder gegen die. Das ist mir eigentlich egal. Ich werde die Kampagne aber noch ein klein bisschen weiter zocken. Mal gucken, was da noch so kommt. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Und einen wunderschönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.